Woran liegt es, dass man sich nicht mehr auf die Webseite der Schülerzeitung traut? Manche sagen, es liegt an Hausaufgabenmassen oder an der Dummheit der Schüler. Wir haben etwas getan, was für uns eigentlich nicht typisch war. Wir haben die Gründe bei uns gesucht und uns gefragt, braucht das Gymnasium noch eine Onlinezeitung, die einfach so weitermacht? Oder brauchen wir eine Webseite, die endlich Schluss macht mit nervtötenden Fehlermeldungen und ewigen Wartezeiten? Eine Webseite, die endlich episches Design mit professionellem Journalismus vereint. Eine Webseite, die auch eigenen Content erstellt und nicht nur von anderen klaut. Eine Webseite, die ihre Redakteure nicht nur für sinnlosen Scheiß bezahlt, weil es ohnehin nichts gibt. Vor uns liegt ein langer Weg, aber auch der beginnt mit einem ersten Schritt. gag-greven.de Die Schülerzeitung für alle.